Die Quicksafes mal wieder löschen. Also jedenfalls die ersten vier. Wahrscheinlich hat er wirklich irgendwie Probleme, wenn er drüber speichert. Dass dabei der Safe korrumpiert wird. Dass dabei der Safe korrumpiert wird. Dass dabei der Safe korrumpiert wird. Wenn man 80.000 für die nächste Stufe. Ob man das jemals im Singleplayer erreicht, frage ich mich gerade. Vielleicht in den späteren Kampagnen. Ich glaube, ich habe es schon vorweggenommen. Aber das hier ist die letzte Mission mit Farron. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo man die ganze Zeit einen Hauptcharakter spielt, der man sozusagen selber ist. Spielt man ja hier vier verschiedene Charaktere. Also in jedem Kapitel einen eigenen. Wir sind ja gerade im Prolog mit Farron. Und dann gibt es noch drei weitere Kapitel mit anderen. Die Frage ist, wie es passiert. Die Frage ist, wie es passiert. Naja, wir sind jetzt hierher gelatscht. Und egal was... Die machen uns ein Angebot. Sumpfgruft? Ach, die ist da oben. Okay. Also, wir laden wieder. Und dann machen wir halt das Räuberlager platt. Es ist eh egal, was wir machen. Ja. 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 Die werden ganz totes, wenn die Elfen sicher gerne hören. Ja. 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 Die Krankenlager möchte mit uns Frieden schließen. Zahlt 5000 Gold und wir schließen Frieden von mir aus. Das Geld brauchen wir eh nicht mehr. Den hätte ich jetzt aber gerne. Die Brigandten werden euch nie wieder belästigen und auch sonst niemanden. Das ist gut, ich werde eure Sphäre mit Energie füllen. Wir müssen nur noch den Tempel finden und den Ritus durchführen. Wir haben es fast geschafft. Also ja, wäre an den Bogen rankommen die beste Möglichkeit gewesen. Stiefel von Sumpfgruft dieses Mal. Gut, dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Eigentlich alles, was wir hier so rumliegen haben. Nein, niemand kann sich mit uns vergleichen. Du riebst etwas, Bernie. Ja. Also ja, es kann auch sein, dass das mit dem Bogen einfach verbackt war. Ja, da holen wir noch aus der Sumpfgruft da oben die Stiefel. Bring die Tilea. Also zwischendurch mal einen Quicksafe machen. Und ja, wie gesagt, wir hätten uns das mit dem Briganden wahrscheinlich durch den Bogen sparen können. Aber ich habe keine Ahnung, wie man an den Bogen rankommen soll. Weil... Irgendwie auch kein richtiger Questmarker drauf war. Der wurde als Brigantenlager gemarkt. Außer diese Kultisten-Verrückten hier hätten noch eine Idee gehabt. Als Sie please. Als Sie please. Als Sie please. it's important not to make a sound. It's important not to make a sound. Das sind die besessenen Menschen, von denen uns die Briganten erzählt haben. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich werde trotzdem versuchen mit ihnen zu reden. Dieses Geplopper klingt wie ein Necromantenzauber. Arsch zum Tempel, wir haben schon zu viel Zeit verschwendet. Oh, Sufkruft hat Skelette und Zombies. Als Sie bitte. Ich weiß diesen Ort. Wir können es tun, zusammen! Wir sind unter Druck! Wir können es tun, zusammen! Meine Truppen sind unter Druck! Wir können es tun, zusammen! Okay, aber ins Zauberbuch gucken. Meine Truppen sind unter Druck! Wir können es tun, zusammen! Ja? Wir sind unter Druck! Wir können es tun, zusammen! Es ist wichtig, nicht zu machen. Wir müssen unseren Besten machen. Ja, mein Lord! Wir wurden geboren, um zu töten. Wir müssen unseren Besten machen. Okay. Ich bin hier! Ich bin schon entdeckend. Ich bin schon entdeckend. Ich bin schon entdeckend. Es ist ein bisschen besser mit Feuer. Yes, your order is clear. It's important not to make a sound.